Heute sind die Finalläufe, 222 Meter und eine Unified Staffel. Ja natürlich, das sind die Finalläufe, die Vorläufe, das ist, das sind alles Späßel Moments, ganz egal, sobald sie auf dem Eis sind, ist das ein Traum für mich. Ja das ist vor allem sportlich und ganz besonders und noch mehr menschlich eine große Bereicherung, weil die Leute auch sehen, dass das einen Sinn macht, weil sie sehen, diese Sportlerinnen und Sportler sind glücklich, wenn sie teilnehmen dürfen. Wo immer ich hinkomme, es sind immer tolle Ereignisse. Ich bin so stolz, 2700 Österreicher sind hier freiwillig engagiert, helfen mit, dass diese großartigen Spiele zustande kommen. Ich finde, das ist ein Zeichen, dass es wirklich in die ganze Welt geht. Ich glaube, dass Solidarität und Respekt in unserer Gesellschaft die entscheidenden Werte sind, die wir zu vertreten haben und das ist heute hier eine Demonstration, was Respekt bedeutet. Ich habe fast beängstigend gesehen, wie die Speed Skate um die Kurven geflogen sind und einmal ausgemalt, wenn ich auf den Kurven stehen müsste, wie lange ich das schaffen würde. Wenn du dazuschaust, du merkst den Unterschied nicht und das ist ein wunderbares Symbol für unsere Gesellschaft. Wir sind alle gleich.